ich sehe ich schon und dann sehe ich schon aber dahin ist schon ein fehler übrigens meine bitte kaputt zu schnell von nerven geht jetzt auf mann exter anzug Da ist er. Oh mein Gott, hier ist er. Ja, ich komme zurück. ja 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 zweiter zauberweg löcher leute machen genau das hat er ich sehe spritzen damals zwei von aber keiner von dem war ja da sind ja schon wieder ja ich weiß nicht ich habe den rechten angeschossen weg bereit Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß, es ist ein Blüter. Ja, ich weiß. das ist eine blaue markierung mit d2 vielleicht euch aufschießen du entgeweck ich habe so jetzt kommen sie mit anderen nun jetzt mehr bei den anderen Ja Ey du sollst nicht die ich will mich auf der karte bewegen nicht eine spritze einsetzen Oh gott Ich stecke irgendwie fest Na Na Ich bin ja so ein kleines loch eingefallen Komm ich ja nicht mehr raus War Haha War Soll ich War Verschwendung ich habe nur so viel raketen Kann sein Hattest du nicht gesagt du hast auch eingesehen Hm 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 Ja 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 Die werden mir schon angezeigt aber ich finde ich Wir benötigen ein geschützt Geschützt vorsicht ich bin ein freund Das ist ein stürmer Ja 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 Ich muss schützen Du hast weg Nein Na Na Ja Geht weg Ja Ja Man Wo Ich habe keine spritzen lasst mich mal kurz durch spritzen dort ich glaube ich wollte schon wieder munitionen wenn er zwei geht hier sind die eier eigentlich da war etwas voll du darf ich habe einen elektroschock hat mich getroffen nein weil er dann noch ein land keine munition mehr wer ging sowieso die muni aus meine klamotten nein 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 wir waren schon fertig manchmal blöde extra anzug nicht verloren ist auch der stürmer aber ich bleibe ich brauche es mir geht mehr von so ja dann kommt es aber kaputt da mich ich sehe auch schwer ja nicht mich raus oder ich glaube es weg so schnell kann es gehen schon vorher die mission erschaffen das war wieder zur nächsten mission ich muss noch zwei mal zu stellen und da wird man geschützt irgendwo durch schon wieder ein fehler und zwar nicht bei uns jetzt wäre diese mission mit den diesen baby dingen über ignorieren nehme ich an hier kann man nicht hoch so ein dämlicher pilz atmosphärische sporen also nicht mal hier ist kein witz natürlich leider dann wollen wir gehen auf mich kann es wieder besser sehen also muss ja irgendwo im pz egal wir sind auch fertig aber jetzt auch schon wieder nämlich ich bin auf mein Kopf geparkt aber du machst du die eier mit ein unendliche munition hier weg wo kommt er direkt her wo soll er näst so sein es so was ist egal wir müssen sowieso weg das war ja das war das war ich irgendwas dickes ich habe nur ein gewählt aber so ist wie ich es hat ja schon wieder eine spezielle eingetreten ja wo läuft dahin leider ich stecke jetzt nicht schon wieder fest oder ich stecke schon wieder fest mit meinen dingen ich habe ja am film sind irgendwo fest leute hey sie so nein nein ja ich jetzt habe ich eine ss park hier in der hand kann ich habe die ich habe schon im wurf modus und so ja ich hatte schon den wurf modus mein gott ist schon wieder hart am glitschen ich will die probe also nicht wir sind wir sind ja wir waren irgendwie so in der mitte war mal gespawnt dann müsste der irgendwo in der nähe sein die sind ja meistens immer irgendwie in der nähe oder wir die konstellation von mond und erde verfolgen da müssen wir nicht finden noch 13 minuten sehe ich gerade aber sowieso nicht finden sei jetzt auch nicht so so ein verlust da ich gesagt nicht berühren okay so ein bisschen sputen viele gegner auf einmal am besten will ich sie nicht triggern sie sind gerade in die pilze eingelaufen idioten müssen hier ist noch einer ich glaube man muss doch mal das zeug unter die lupe anzug Ich weiß nur nicht, ob das zu dem Anzug passt. Warum denn nicht? Ich weiß ja nicht. Ich habe eine schwarze Schuhe. Ich hatte ja letztens einen Abend, der hat eingefahren und hat gesagt, der hat vielleicht eine andere Schuhe. Ja. Ich habe eine schwarze Schuhe an. Ich bin am Anzug. Eure Position. Es ist auch ein Leid. Aber weit weg. Ich dachte, da habe ich dich kurz angeschossen. Loch. Da! Da! Da habe ich rausgekommen, habe ich ihn schon erledigt. Neut-Magazin! Noch zehn Minuten für die Mission. Da hat er einfach... Da hat er einfach... Da wollte ich nicht die Granate dran helfen. Na Gott. Aber ich war nicht ein Geschützter reinpackt, ob das auch die Eier zielt. Ja. 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 Das kann ich keine machen, aber er wird nicht. Ja. 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 Da habe ich meinen Feuerwerkskörper auf die geworfen. Ja. 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 Da haben wir geschwungen. Ja. 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 Da muss ja genau da jetzt genau raus Waleschhalter drauf schießen. Ja, ja, ich mache es mir erledigt. noch eine spitze power noch der nächste wieder aus nach du hast gerade vor ort geworfen ich habe auch vor ort gerade geworfen ich wollte er in das loch reinwerfen ich habe noch sieben minuten mein erwarteten finden wo war noch nicht auf der karte waren gott wo ist nicht unten irgendwo ist ein säure titan einen riesigen umweg machen muss den weg zu gehen gegner wir sehen uns aber wenn es auf das zeug losgegangen da hat er auch welche rufen ja welcher schützt das nebel da habe ich irgendwann so synergies gibt wo man irgendwie weit nicht so eine gaswolke dahin werfen und dann tut irgendjemand weiß nicht ich glaube ja es ist in die gleiche richtung aber wir können einfach mal nachschauen gott das in der menge geht wir sind sowieso in die richtung noch fünf minuten proben ja wesens klein ja mitzunehmen das ist ein pirscher ist so breit aus war müssen es direkt unter unsere evakuierung so ne entschuldige was ja na man ok sind zwei durchbruch zum kollege leider geht auch mal geschützt ok ja 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 man naja war mir zu früh auf dem stürmer wenn wir beide genau ins gesicht treffen also da sind noch zwei sekunden da war noch ein bisschen mehr war ich ja ja ich weiß nicht warum sind die vorräte noch hier unten wir sind gar nicht rausgekommen aus dem ding oder hier sind gar nicht aus dem pott rausgekommen die waren unter erde noch also wenn die pott sporen da kommen die also aus dem boden raus die waren bei mir im boden drin ja gut aber proben und wir auch mal sein ja 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 ich gesehen ja 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 gut dann gehen wir wieder runter ja ja ich wollte gerade sagen mal bestimmt schon ich bin ja ah ja 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 da du kannst du heben du hast wir so kommuniziert aber so ein bisschen sieht man die roten dinger ja was nicht da war aussehen könnte man mir wenn die selbe rüstung tragen so die selbe farbe sie ist nur für dich nur freiheit tipps auf den trainingshandbuch keine panik da ist schon wieder ja merken ich fahre mal mit dem richten an drei kombinierte schüsse da geht es ja meine ganzen paketen ich kann ja mal zudem zu dem ding gehen gucken ob er jetzt ob ich denke gefunden der gast von mir von abspannen da hätten sie sich mir alle gegner weg eine garage dann nehme da müssen wir nur noch die position irgendwo ich will meine raketen nur für die reagieren ist ein bisschen verschwenden jetzt noch munition am liegen was hat hier spitzen mein geschützbar auf irgendwas ja bis jetzt noch ein geschützbar hat hier die ganze zeit und er muss ihren back durch buch entscheiden demokratie und ein bisschen säure total auf doch ja ja ich habe schon gesehen das sind säure titan wir müssen aber genau in die richtung ok wir müssen genau da in die bestimmung der titan ist die ganzen dinger kaputt macht nester hinter uns ist ein net von uns ist ein net nein nein ich begann ab nachher du stück jetzt kommen sie wieder einmal nein ich habe ein geschützt so blöd wie ich nein naja ich habe einen rakete auf den links geschützt naja hinter uns ist das nest oder dafür da voll vorbei obwohl neu und haben wir die mäßig ich glaube ich habe den nachschub genau in das loch reingeworfen hat nicht gezählt ja ich bin da ganz beinahe eingeschwungen ich glaube ich treffe die löcher zu genauer können nein nein ich habe considerable und ignoriert hat nichts was macht wenn ich satte ja wer an uns vorbeigelaufen sind voll auf mein geschütztes turm stellt man bitte ja vielleicht auch keine��니er außenposten zerstört muss man beide elektrowaffen insekten ich habe ja gerade der fort war ja schon platziert wir haben mich wieder getrennt okay Alter, wo ist Verstärkung, oder? Das hat irgendjemanden rechtes gehört hier. Ich bin am Terminal. Okay. Okay. Ich bin wieder vor. Ich bin wieder vor. Ich bin wieder vor. Noch 30 Minuten für die Mission. So, die sind so Ventile. Ich bin wieder ein bisschen, äh, Tops. Mendran. 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 die gefolge ist ja stimmt ja ja wo wir erreicht nicht mit meinen raketen von reichen hat sie zum kurs geht das gift da weg sind von weiten sie da rege voll cool aus dann macht man nur schnell missionen haben wir ab mit unseren proben da ist das was so wird tanken was er gerade explodiert das auch wieder so ein dann sein an mehreren von diesen dingern hier die dinger finden auf höheren schwierigkeitsgarten müssen geschützt auch hinter dir ist ein bug aus wo ja schon wieder noch ein kuchen so ist ja nicht groß hat so geschütze da hier stehen können also gehen können ja ich werde ja 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 muss man machen ich übernehme das terminal ich will ja schon wieder drauf schießt wo wir gesammelt ich bin ich ja noch irgendwo das heißt wieder warten ein gegner aber der was auch nicht gesehen und und mhm ja ich glaube die haben uns bewegt er war ja so gestanden dass wir die gar nicht der entspann hat nach hause aber das ist ein fehler verlauf irgendwie blöde genau haben sie einfach jährung ist genau das ist auch ein ex hier kann man ja nur aus versehen in der höllenbombe einlassen kann man eigentlich sein ja da hat man glaube ich muss stimme gehört zum ersten mal ja ich kann ja ja Oh na du bist da mit dem proben na 32 ja kommt ja nicht durch da kommst du wie soll ich war für euch das passiert in genaue feiern mit ihr nicht durchkommt Oh 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 So Deine hübschen Proben So Wir erzählen proben also ich habe den probieren weil Ja Mal wieder kleinere von mein gott Mal auslutsche aber ansonsten Zwei sterne klar Die eigene schaffen dann war noch wieder portion auch noch 30 Ich 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 Ja 9 titel 30 Gute arbeit so viele proben zusammen Todescaptain